Die Klimakrise geht uns alle an, auf der ganzen Welt. In der Stadt Bern wollen wir handeln, wir haben darum die Energie- und Klimastrategie 2035 erarbeitet, kurz Klima Bern 2035. Mit dem wollen wir Pariser Klimaziele erreichen und wir sind gut unterwegs. Wir haben 2023 bereits Ziel von 2025 erreicht, wir sind also gut unterwegs auf dem Absenkpfad. Für die Saison weitergeht, müssen aber alle mitmachen. In den Wohnungen, in den Häusern, Mieterinnen, Hauseigentümerinnen, die Wirtschaft und auch wir alle als Verkehrsteilnehmerinnen. Miteinander schaffen wir es, dass wir Klimaziele 2035 erreichen. Merci.